Mein Name ist Alena. Ich komme aus Neukölln. Neukölln liegt in Berlin. Ich bin Singarath, aber ich werde Öl und ich bin Türken. Also mein Hobby und meine Leidenschaft ist es, tanzen. Also mein großer Traum wäre, in einem Theater aufzutreten. Also ich tanze Bollywood, tanze mehr, weil ich es mag. Also es macht mehr Spaß, als türkisch zu tanzen. Ich habe jetzt die Chance bekommen aufzutreten, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich diese Chance nutze, weil ich Angst habe, dass die Leute mich auslachen. Keine Idee, keine Idee, keine Idee, keine Idee. Nein, 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 nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017